Und da sind wir wieder bei, wie heißt Silv, mit mir Sefi und Jutis. Hallo. Hier auf den eisigen Klippen mit Baten Kaltos und die wir uns jetzt ratzfatz verpissen werden. Sehr schön. Äh. Scheißpänner. Hm, da sind noch 3 davon. Hm. Ich stelle mir davor, dass es Lustiger sehen muss, wenn eine Spinne ihr Deck mischen muss. Wie sie das wohl macht? Oh, wie sucht sie. So toll, die können auch noch leben. Geil. Das verspricht Spielspaß und Spannung. Schön. Arme Mizuki. Jep. Das kommt nicht mal lustig. Dann fangen wir mal an! Ich glaube die Dinger sind auch noch stark gegen Wasser. Hm. Ich muss Leo die eben alle erschießen. Ich muss die Bedeutung wegdrücken noch. Eine neue Bedeutung? Ja. 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 Das ist ja der Schlucke auf. Stimmt. Okay, ich muss die Bedeutung wegdrücken. Oh, ich bin die Bedeutung wegdrücken. Oh, das ist ja der Schlucke auf. Ich bin die Bedeutung weg. Nein! Dein Nachbar macht Geräusche! Scheiße! Das hätte ich jetzt nicht gedacht! Das kann mal passieren, dass der Nachbar Räusche macht. Wir machen ja auch Geräusche. Nein! Wir sind total still in der Aufnahme. Hm, deswegen jetzt planen wir auch. Das ist ein stummelitz Place. Ist dir doch noch nicht aufgefallen. Ach, du meinst, du schneidest alles raus, was wir sagen? Ja. Das kommt dann immer ohne Tonsprung. Die Leute wundern sich immer. Hä? Ich kann dir aber schön einen fahren lassen. Das war nicht schön. Das war ich nicht. Das war ich mit dem Mund. Mein Mund hat gefurzt. Der Mund, der kann nicht futzen. Du kannst jetzt ein kurz Geräusch noch machen. Das stimmt. Das ist für dich. Alter, jetzt ziehe ich jetzt wieder ihre ganzen Highlight-Items. Tja, das ist doch immer so, wenn man es nicht braucht. Was ist da? Na, ich mein, ich wollte es zwar schon halten, aber doch nicht so. Oh! Okay, das war jetzt zwar doof, wenn ich es noch nicht drin habe, aber... Ich wollte die Komodo nicht kaputt machen. Ach süß. Erst mache ich ein Foto und dann beleidige ich. Zwei Mal! Erst beleidigen, dann ein Bild und dann nochmal beleidigen. Ey, Alter, du siehst so scheiße aus. Boah! Klick! Alter, du siehst ja richtig kacke aus. Nicht mal auf dem Foto siehst du gut aus. Was kannst du eigentlich? Meine Mama, ich glaub auf mich! Meine Mama sagt aber, ich bin was ganz besonderes. Oh, glaub ich nicht. Ich bin ihre besonders. Besonders doof, besonders schlecht. Und ich sag's mal, ich bin was ganz besonderes. Aber das kann ich besonders gut. Hm. Gibt mir auch mal sehr viel Mühe mit. Alter, ist das Drecksding auch mal tot! Nein. Erstmal, wie sucht ihr halten? Und so ist es der nämlich gleich tot. Nein, sie. Oder ist sie? Oder ist sie? Oh, der ist sie. Oh, der ist sie. Sein Vögelchen ist sonst tot. Wer ich auch, wenn man mich die ganze Zeit lehnt. So. Endlich! Das hat jetzt auch schon wieder Zeit gekostet. Was ist das? Käsefondue? Aha. Was ist das? Meins! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich alle in Ruhe! Ja, scheiß Teile! Schon wieder? Ahhhh. Und weißt was? Wir müssen hier später nochmal wieder hin. So. Das motiviert. Total! Super! Ich finde das so einfach nur zum schreien. Das kann ich nicht mehr vorstellen. Es war wunderschön. Der ausschressen Einwohner der Welt auf dich. Es ist ein spezieller Atakt. Dich. Sie wechseln an dich. Es war nicht so gut! Es war nicht so gut! Es war nicht so gut vorhin, dass ich gleich Misutti rausnehme und Schal da reinpacke. Okay. Jetzt wenigstens die ganzen Feuersachen, Dunkelheitssachen, wogegen die Dinger schwach sind. Okay. Gehen die Kämpfe vielleicht ein bisschen schneller. Okay. Wir sind jetzt wieder gelähmt! Oh ja, alles ist super. So, noch eine haben wir schon. Wie gesagt, was positive ist, dass sie nicht all zu viel aushalten. So, 4, 4, 5, 5 und noch so. Wunderbar. 1, 2, ah, schon wieder eine 1. Ein Foto mache ich wohl noch von dir. Ein Foto davon, wie du im Sterben liegst. Nett. Oh ja, ganz schön. Miuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu. Ja, Ludwig, immer da groß die Überflüge. Der einzige, auf den ich mich momentan halbwegs verlassen kann. Der hat mir jetzt keine Wasserkarten im Deck. Die sind ja auch hier gegen Licht, sind die ja auch stark. Ich erschieße dich einfach. Kann ich mich damit nicht selbst erschießen? Ich kann sagen, ich erschieße mich einfach. Gibt es die Option? Ja, geil. Möchtest du dich selbst erschießen? Ja! Game over. Also die haben alle nur noch Sachen zum Heilen dabei. Die sind ja auch alle ein bisschen angeknackst. Ja. Jetzt boostet sich das Teil noch. Ich kann nicht mehr reden. Das ist schlecht. Na gut, wir nehmen jetzt auch schon eine ganze Weile auf. Und mir sind dies wieder gelähmt. Yay. Wieder nichts zum... Alter, das ist doch nicht wahr. Naja, kann ich wenigstens zur Weile nochmal heilen. Alter, ich wollte diesen Part eigentlich noch ganz gerne hier rauskommen. Ich weiß nicht, dass es nicht so startgemäß ist, ob es zum Fluch geht. Hm. Es gibt ja nur den Fluchtmärkten, aber den habe ich natürlich nicht dabei. Wie oft benutzt man den schon? Ja. Ja. Weil die musst du ja auch erstmal ziehen. Ja. 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 Jetzt geht das hoffentlich ein bisschen schneller. Turmschild. Ja. 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 Hold on, just give me a minute. Shella, what are you doing? Die Eiswüste von Vasen. Immer noch. Let's go. Hey, Shella, wait up, Willi. The Ice Lands, the Ice Lands. This is something to see. Hey, Shella, where are you going? What's going on here? Hey, hold up already. We should follow her. Welcome home, Your Majesty. Did I just imagine that? Your Majesty? Are you telling me that... Sure, yeah, baby. Hmm? We'll talk about it later. First thing we have to do is to find a way to fight back against the End Magnus and the For- Queen, Shella. We're relieved to see you safe and sound. I'm fine. Yeah. Graham and Leon came to protect me from a Saber Dragon in Sadal Sud. They... didn't make it. I'm so sorry to hear that. They were good men. I'm sure their souls are at peace knowing they did their part. As Her Majesty has thus returned safely, I will notify their families. Please do. Has anything happened while I was away? Nothing worthy of your attention, Your Majesty. I see. You must be tired. Please take a rest. We'll prepare hot food for our guests. Barnett, we don't have time to relax. We need your advice. Hmm, hope I can be of some help. I see. Her Majesty has been through quite an ordeal. I thank you all for your help. Thanks to you, Her Majesty has returned to us safely. And I appreciate your involvement in helping, Her Majesty. My sincerest gratitude. Barnett, stop it. You're embarrassing me. Yes, yes, Your Majesty. About these End Magnus you told me of, I could have never imagined that the calamities predicted long ago would turn out to be something so horrible. We certainly cannot allow this cursed god, Malparcio, to be awakened unto our world. However, to face the power of the five End Magnus, the various limbs of ancient gods, you would need something equally powerful. The only thing that comes to mind is the ocean mirror, passed down from generation to generation. The mirror should be able to reflect the gods' vile powers and provide some protection. It may allow you enough time to either reseal the End Magnus or destroy them. Yes, this may indeed work. I think you're right. Very well. I'll go down to the Lake of the Dragon and get the mirror. Will you not reconsider, Your Majesty? Countless queens have taken this path. Yet none of them, not a single one. I know. To tell you the truth, I'm scared, but we both know this is the only way. I can't back down now. Besides, I have a guardian spirit with me. This just might work. Then I will say no more. I'll begin preparations immediately. It may take a while to get everything ready. I'm counting on you. Why don't we go take a look around town while she's preparing? Sounds good to me. Yes. I'd like to see how people live in the Iceland. The Great Midduty strongly wishes to accompany you. Might as well. It's an alternative to just sitting here doing nothing. This is an arse. I don't know. Yeah. Schön, 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 schön. Auf zum Speicherpunkt. Yay. Näh. Lass mich durch, du dämliche Treppe. Niemals. Ich glaube. Aha. Auch meine Orientierung hat mich nicht gedrückt. Ausnahmsweise. Ah, schön speichern. So. Kannst du auch gleich kacken. Genau. Und in dem Sinne verabschieden. Wir müssen uns hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Vielen Dank.